1, 2, 3, 4! Das ist Scott Pilgrims perfektes Leben. Scott, wenn dein Leben ein Gesicht hätte, würde ich da jetzt reinschlagen. Warte, was? Er ist ein Rocker. Oh mein Gott! Ein Abhänger. Liebe. Und ein Lover. Ist Scott da? Äh, weißt du was? Er ist gerade raus. Wirklich? Ja. Äh, bis er... Kennst du ein Mädchen mit so einer Frisur? Ja, das ist Ramona Flowers. Jemand hat gesagt, sie würde heute Abend hier sein. Für ein mysteriöses Mädchen. Dann ist das ein Date, ja? Hab ich Date gesagt? Ist mir so rausgeflutscht. Geflutscht? Zu einem Kämpfer werden muss. Mr. Pilgrim! Ich bin Ramonas erster teuflischer Ex-Lover. Warte, wir kämpfen um Ramona? Hast du meine Mail nicht gelesen? Da hab ich dir die Situation erläutert. Ich hab sie überflogen. Was hat das alles zu bedeuten? Wenn du mich willst, musst du meine sieben teuflischen Ex-Lover besiegen. Du hast sieben teuflische Ex-Freunde? Sieben teuflische Ex-Lover, ja. Ich rede mit dir, Scott Pilgrim! Und ich muss deine sieben Ex-Lover besiegen? Stimmt, genau. Was geht ab? Wie läuft's? Netter Typ. Wenn sie das Mädchen deiner Träume ist, dann musst du ihr das sagen. Leg mal einen Gang zu, Scott. Pack das L-Wort aus. Lesbe? Das andere L-Wort. Lespen? Was machst du da? Mir ein extra Leben holen. Komm mal wieder runter. Wie denn, wenn mich alle fünf Minuten jemand umbringen will? Der Schlag ging voll auf meine Titte. Das ist dein Ende, okay? Du willst mit mir um sie kämpfen? Warum in aller Welt willst du das tun? Weil ich in sie verliebt bin. Das war extrem. Ich kann dich nicht leiden, kapisch? Erzähl das am Montag der Putzfrau. Was? Denn Montag wirst du nur noch Staub sein. Ähm. Du wirst pulverisiert in zwei Sekunden. Und die Putzfrau kommt mit dem Staubwedel. Sie wedelt.